Ist nicht schlecht. Mehr als vorher. Nehme ich das Haus hier noch mit? Sofern das einen Eingang hat, genau. Gut. Da kann ich ja rein. Mal gucken. Dann geht es hier nur noch hoch. Hier hat jemand hier das Geländer vergessen zu bauen. Okay. Kisten schon auseinander nehmen. Und hier ist auch noch etwas. Die Munitionskiste ist immer gut. Ja. Ähm. Falls ihr euch fragt, wie in der Kleinen. Wir machen heute mal ein Experiment. Es ist abends. Die Kleinen hatten passendes Gewicht eigentlich. Auf der Waage. Was ist denn jetzt hier los? Und ähm. Und äh. Wollen jetzt erwarten mit dem Fütterungszeiten. Normalerweise haben wir sie dann ab und zu geweckt. Weil sie eben nicht genug Gewicht hatte. Jetzt ist aber in einem Alter, also Monatsalter. Monatsalter. Und in einem Körpergewicht, dass wir auch mal jetzt wirklich abwarten wollen. Wie viel, also wie lange hält sie jetzt ohne Essen durch? Ja. Dass wir sie jetzt auch mal endlich durchschlafen lassen können. Ähm. Ohne dass irgendwas ist. Damit auch jetzt die Verknüpfungen entstehen im Gehirn. Ja. Müssen wir mal schauen. Ob das alles so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Und dass die Kleine dann ähm sich quasi sich von alleine jetzt anfängt zu melden. Wenn nicht, müssen wir dann eben mal handeln. Aber jetzt soll die Kleine sich erstmal... Wenn sie meckert und schreit, dann müssen wir auf jeden Fall... Sie hat Hunger. Oder schnallt oder nuckelt an sich selber. Keine Ahnung. Ähm. Sie hat ja verschiedene Anzeichen, was er sagt. Ähm. Dass man dann wirklich dann drauf reagieren kann. Wow. Das hat sich schon mal gelohnt hier drin in dem Haus. Gut. Der Zimmer nicht, aber der Rest hat sich wirklich gelohnt hier. Okay. Wo bin ich denn jetzt? Ähm. Wenn ich jetzt da lang laufe, komme ich in meine Heimat. Wenn ich jetzt da lang laufe, komme ich. Also laufe ich in diese Richtung. Dann kann man auf jeden Fall schon mal ein bisschen was ausprobieren. Und gucken, ob hier noch Häuser unterwegs sind. Und mal schauen, was mich erwartet. Und da habe ich mir einen Totenschädel in die Richtung. Was auch immer das so bedeuten hat. Ich drehe mich ja eh nur im Kreis. So, jetzt kann ich mal auf das Gewehr gehen. So. Danke schön. Dein Fleisch brauche ich. Das sorgt dafür, dass ich überlebe. Dein Fleisch auch. Aber 750 Munizierungen, das ist krass. Das finde ich gut. Lauf ich in die richtige Richtung? Ja, ich laufe eigentlich in meine Heimat. Und die Tiere, die mir jetzt entgegenkommen, die werden einfach abgeschossen. So, hat sich auch was Neues hier drin gespawnt? Mal gucken. Ähm. Nö. Aber ich bin zu Hause. Okay, wenn ich jetzt weiter in diese Richtung laufe, wo komme ich denn da lang? In eine Ecke, die ich noch nicht erforscht habe. Ich laufe einfach mal hier lang. Die Straße. Aber wir müssen ja auch neue Gegenden finden. Und ähm. Lauf nach einer Weile wieder zurück, denn ich möchte mich ja noch ein bisschen leveln. Ich habe genug Munizierung für die Nacht. Ähm. Ich kann ja quasi wieder ausharren. Da steht auch wieder jemand Unbekanntes. Ich glaube, mein Ausbruch noch nicht war. Obwohl ich auch nicht reinkomme, ehrlich gesagt. Ähm. So. Okay. Dankeschön. Da kommen die ganzen Monster her. Das ist verbarrikadiert. Das auch. Gut. Weiter in die Richtung. Da sind nämlich auch noch wieder Häuser. Und Schuppen. Und Schuppen. Vor allen Dingen. Und Schuppen. Nö. Jetzt nicht. Aber wunderbares Gewächsholz. Ruhig. Hier war ich schon drinnen. Aber den kenne ich noch nicht. Den Nachbarn. Der war aber leicht. Doch. Hier war ich schon gewesen. Dann gehe ich mal weiter geradeaus hier. Nö. Heute mal nicht. Wir können morgen Kaffee und Kuchen. drinnen. War ich hier schon drinnen? Ähm. Ja. Die Kühlschränke. An den Kühlschränken kann ich das gar nicht so ablesen. Weil. Die nehme ich immer meist nie mit. Ach. Das war bestimmt. Ach. Stimmt. Das war das super enge raus hier. Schaut mal. Da wo man nicht mal rausfindet. Weil es eng war. Ähm. Hier hört die Straße auf. Ähm. Eine Straße. Zweite Straße geht da. Müsste ich jetzt in dieser Richtung richtig sein. Eigentlich muss ich jetzt wieder zurück hier. Den nehme ich nochmal mit hier. Dankeschön. Ah. Äh. Ja. Ich laufe etwas schräg. Um in die Richtung zu kommen. Ist ok. Noch ein paar Meter und dann. Dankeschön. Eigentlich sollte eine Straße laut der Karte sein. Das weiß ich allerdings nicht, das werde ich auch gleich erfahren.